Ein Industriepark muss man sich vorstellen wie einen kleinen Mikrokosmos. Wir haben eine Vielzahl von Unternehmen, die angesiedelt sind, Industrie, Gewerbe. Jeder hat seine eigenen Aktivitäten und wir sind dazu da, die Firmen mit den notwendigen Medien und Dienstleistungen zu versorgen. Die Aufgaben, die wir hier gestellt bekommen, sind sehr vielfältig. Von der Versorgung mit Wasser, der Abwasserentsorgung, Versorgung mit Industriewasser, Brauchwasser wie auch Trinkwasser, Versorgung mit Energie. Das heißt, wir haben eine eigene Erzeugung und auch den Netzbetrieb. Mit der Versorgung der Medien sind wir sehr zufrieden. Wir haben keine Ausfälle zu verzeichnen in den relevanten Punkten, die uns von Veolia versorgt werden. Veolia liefert seit zig Jahren hier die Energie zuverlässig, vertragsgemäß nach Vereinbarungen. Also Veolia hört sich an die Vereinbarungen, die wir mit Ihnen geschlossen haben. Wir sind sehr zufrieden mit Veolia. Das alles konform mit den Genehmigungen, mit den Auflagen, gesetzlichen Anforderungen hinzubekommen, auch das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Arbeitsschutz und Umwelt sind seit Jahrzehnten wichtige Bausteine in der chemischen Industrie. Die Zusammenarbeit mit Veolia klappt seit Jahren hervorragend. Das heißt, wir sehen auch, dass Veolia als Lieferant von Energie und anderen Dienstleistungen, Industriedienstleistungen, die großen Wert auflegt, was ein wesentlicher Baustein ist und ein Bestandteil einer Vertrauensfondszusammenarbeit. Veolia ist im Bereich von Industriedienstleistungen schon weithin tätig, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Wir erbringen Dienstleistungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieeffizienz und was hier dazu kommt, auch noch der klassische Industrieservice. Das heißt, wir bieten auch alle möglichen Industrieservice-Leistungen an, wie zum Beispiel Logistikdienstleistungen. Die Logistikdienstleistungen, die wir von Veolia in Anspruch nehmen, sind gut bis sehr gut. Insbesondere die hohe Flexibilität der Kollegen in der Logistik stellt uns sehr zufrieden. Das ist vielleicht die Besonderheit. Veolia macht das an anderen Standorten auch für andere Kunden, aber hier kommen wir zu dem Punkt, dass wir alle Leistungen gebündelt und integriert dem Kunden anbieten. Und das ist vielleicht das Besondere und das ist auch das, was wir dann in Deutschland auch weiterhin anwenden wollen, sozusagen auch replizieren wollen an anderen Standorten.